Was ist die neue Entwicklung in der EU-Militärpolitik und ihre Grenzen? Das heißt, mein Fokus wird jetzt auch auf die Frage der strategischen Autonomie, der politischen Autonomie legen und aber vor allem fokussiert auf die militärische Definition dessen. Also ich will jetzt keine Imperialismus-Theorie machen, dass ein Imperium nur ein Imperium ist, wenn es entsprechend militärisch unterfüttert ist, sondern wie schlicht auf die Ambitionen, die in der Europäischen Union und bei ihren zentralen Macherinnen und Machern da sind, eingehen und ein Stück weit auch darauf, wie diese Ambitionen im Moment umgesetzt werden oder begonnen werden umzusetzen. Das ist aus meiner Sicht ein großer Fehler, Autonomie überwiegend militärisch zu definieren. Wir haben vorher gehört, wie sie tatsächlich wirtschaftspolitisch definiert wird und das, was wir als militärische Flankierung mitbekommen, wird auch wirtschaftspolitisch begründet. Aber schlussendlich hat die Idee einer militärischen Autonomie massive Eigendynamiken. Ich werde euch jetzt eine Präsentation zeigen. Ich hoffe mal, das klappt technisch. Ihr gebt mir ein Signal, wenn das nicht funktioniert. Ich hoffe, es funktioniert. Und ihr seht, was ich auch sehe. Ich muss jetzt gerade nur die Präsentation starten. Jetzt müsste es funktionieren. Da diese strategische Autonomie schlussendlich mit der Frage militärischer Stärke gekoppelt ist, gibt es an dieser Stelle auch offensichtlich kein Limit mehr dessen, was für die strategische Autonomie der EU alles notwendig ist. Dieser Vorschlag, den ich euch hier präsentiere, von Joschka Fischer, der sagt, dass zur Abschreckung Russlands auch die eigenen Atomwaffen der Europäischen Union gehören, ist nicht wirklich neu, hat sich in den letzten Jahren vorbereitet. Und ich denke, das ist eine Debatte, auf die wir uns einstellen müssen, dass, wenn nun über militärische Autonomie geredet wird, tatsächlich auch die Frage der europäischen Atomwaffen eine immer deutlichere Rolle spielen werden und eben nicht mehr die Partizipation an US-amerikanischen Atomwaffen, sondern eben ein Stück weit eine Europäisierung der französischen Atomwaffen ansteht. Gleichzeitig müssen wir uns auch bewusst sein, wenn über militärische Autonomie der Europäischen Union geredet wird, dass es hier um eine sehr starke Rolle auch Deutschlands geht. Ganz kurz zur Erinnerung, dass zumindest Deutschland und Frankreich zusammen die politisch dominierenden Mächte sind. Deutschland sicherlich trotzdem, dass es momentan wirtschaftlich schwächelt, immer noch der wirtschaftlich dominierende Part innerhalb der Europäischen Union zukommt. Und angesichts dessen, dass Deutschland aktuell durchaus eine sehr überproportionale Steigerung in den Militärausgaben hat und auch angekündigt hat, zum Beispiel durch seine zukünftig deutlich stärkere Präsenz im Baltikum auch eine stärkere militärische Rolle zu übernehmen, wir damit rechnen müssen, dass die militärischen Ambitionen aus Deutschland ebenfalls kein Limit mehr kennen, keine Decke mehr kennen. Deswegen haben wir schlussendlich eine Dreigliederung der deutschen Dominanz, der wirtschaftlichen Dominanz, einer politischen Dominanz und angestrebt auch einer militärischen Dominanz. Also sprich, wenn wir über eine Autonomie, ein autonomes, auch militärisches Verhalten der Europäischen Union reden, reden wir in der Regel eben auch um sehr stark deutsch eingefärbte Ideen dessen, was es gibt. Und wie gesagt, ich rede hier über Ambitionen, noch nicht unbedingt über Realitäten, aber diese Ambitionen werden sehr konsequent durchgespielt. Durchgespielt über europäische Strategien, über militärische Planziele, die erfüllt werden mit Festlegung konkreter Truppengrößen. Im strategischen Kompass, auf den ich noch eingehen werde, hat die Europäische Union sehr deutlich festgelegt, wohin sie gehen will. Sie hat bereits etabliert eine ganze Reihe von Kontrollenmechanismen und Finanzierungsmechanismen, um ihren Anspruch, auch selbst eine eigenständige Weltmacht zu sein, umsetzen zu können. Jetzt im Detail, worum geht es hier tatsächlich? Es geht um Machtpolitik. Es geht um, wie es so schön formuliert wird, im strategischen Kompass, das Rückkehr zu Machtpolitik. Und vielleicht ganz kurz den Hinweis, diese Rückkehr ist ein sehr gefährliches Bild. Manche haben vielleicht diese Bundeswehrwerbung gesehen, die untertitelt war, wenn wir mal wieder Stärke zeigen müssen. Also mir ist an dieser Stelle weder klar, wer das Wir ist, noch was das Mal wieder ist, auf das sich hier positiv bezogen wird. Also in der deutschen Geschichte fällt mir da relativ wenig ein. Aber es ist auf jeden Fall klar, dass die Europäische Union den Angriffskrieg Russlands als Ausgangspunkt für tektonische Verschiebungen definiert. Die alle Pläne, die sie auflegt, sind nicht wirklich neu und sind nicht erst im Zuge des Angriffskriegs gekommen, sondern waren vorher auch bereits vorhanden und auch veröffentlicht. Aber sie gaben die Möglichkeit zu sagen explizit, es geht hier um eine Rückkehr zu Machtpolitik, sogar zu bewaffneter Aggressionen. Zitat aus dem strategischen Kompass. Ebenso, was Frau Hain-Ger-Solti bereits erwähnt hat, spielt China eine sehr wichtige Rolle in diesem Kontext. China ist Kooperationspartner, wirtschaftlicher Wettbewerber und systemischer Rivale, um das komplette Zitat hier zu machen. Dann wird nicht so sehr erklärt, dass man sich selber an der Seite der USA gegen China positioniert, aber es wird gewisserweise die Notwendigkeit dafür skizziert. In dem formuliert wird, darüber hinaus hat China seine militärischen Mittel erheblich ausgebaut. Wir müssen sicherstellen, dass dies in einer Weise geschieht, die der regelbasierten internationalen Ordnung sowie unseren Interessen und Werten nicht zuwiderläuft. Dass es hier vor allem um ökonomische Werte geht, ist ohnehin klar. Mit Menschenrechtsverletzungen in China hatte man ja in Bezug auf Handel nie ein ernsthaftes Problem. Die flankierend zum strategischen Kompass lohnt es sich, auf die Globalstrategie der Europäischen Union zu schauen, die klar formuliert, dass die ökonomischen Interessen für ein offenes und faires Wirtschaftssystem, was auch immer darunter verstanden wird, also fair halte ich jetzt für nicht zutreffend, aber das ist das Selbstverständnis, gehört die Seewege weltweit zu schützen und Zugang zu den Ozeanen inklusive deren Ressourcen auch militärisch aufrechterhalten zu können. Und das durchaus global, also nicht nur in der eigenen Nachbarschaft, was interessant genug wäre, sondern tatsächlich global, sowohl in der östlichen Nachbarschaft bis nach Zentralasien, Zentralafrika, Indischer Ozean, südchinesisches Meer, Straße von Malaga, wohlgemerkt alles Teil der Globalstrategie der Europäischen Union und deren Anspruch dort jeweils auch seinen eigenen Footprint, seinen eigenen Fußabdruck hinterlassen zu können. Dazu, um das wirklich umsetzen zu können, ist natürlich notwendig, militärische Spitzenfähigkeiten zu entwickeln, von denen zumindest partiell die Europäische Union auch durchaus noch weiter weg ist. Es geht um das gesamte Spektrum von militärischen Fähigkeiten, Land, Luft, Weltraum oder sehseitige Fähigkeiten, sowohl autonome als auch semi-autonome Waffensysteme sind damit darunter zu fassen. Woran man ganz konkret auch die Umsetzung der Ambitionen sehen kann, jetzt fast schon seit fünf Jahren sehen kann, ist, das sind die sogenannten PESCO-Projekte. Also PESCO, nochmal zur Erinnerung, ist Permanent Structured Cooperation innerhalb der Europäischen Union, also strukturierte Kooperation. Die multinationale EU-Aufrüstungsprojekte oder auch Stationierungsprojekte über den EU-Haushalt mit anstößt und dazu beitragen soll, dass diese Spitzenfähigkeiten bei der Rüstung auch entsprechend entwickelt werden. Es geht da wohlgemerkt sowohl um Weltraumkomponenten als auch um all das, was die Luftkriegsführung angeht, von Eurotrone bis Angriffshubschrauber, aber eben auch verschiedene unbemannte Systeme, verschiedene Landformationen für den Landkrieg, für das, was gegen Russland im Moment entwickelt und auch getestet wird. Maritime Dinge, dann aber auch militärische Ausbildung, die gemeinsam durchgeführt wird und das sogenannte Co-Basing, was in gewisser Weise der Aufgriff kolonialer Strukturen und deren Integration in die EU-Strategien bedeutet, also dass französische Militärbasen im afrikanischen Kontinent, aber auch die Militärbasen anderer EU-Mitgliedstaaten gemeinsam genutzt werden und damit automatisch Militärbasen einer Nation die Militärbasen der gesamten Europäischen Union werden. Das Ganze ergänzt um den ganzen Bereich der Cyberkriegsführung und Cyberabwehr. Ich würde jetzt nicht im Detail darauf eingehen, nur ergänzend zu diesen PESCO-Projekten, die also tatsächlich offiziell vergemeinschaftet sind, gibt es eine ganze Reihe weiterer Projekte, die jenseits des EU-Rahmens als Kooperationsprojekte laufen und die vielleicht früher oder später auch vergemeinschaftet werden. Das sicherlich teuerste ist das FCAS, das Future Combat Air System, was momentan vor allem von Deutschland, Frankreich und Spanien vorangetrieben wird, was mehr ist als einfach nur ein Kampfflugzeug, sondern eine Kriegsplattform, von der aus auch unbemannte zum Beispiel Drohnenschwärme gesteuert werden können, Bodentruppen gesteuert werden können, also im Prinzip ein gesamtes Waffensystem neuer Gattung. Dieses FCAS geht man jetzt bereits davon aus, dass es, wenn es denn umgesetzt wird und nicht stecken bleibt jetzt bei der Entwicklung des Ganzen, dass wir hier über Größenordnung von 500 Milliarden Euro für diesen Projektverlauf reden. Das sind natürlich Punkte, wenn wir die bedenken, dann kommen wir nicht mehr zur Finanzierung von irgendwelchen auch nur ansatzweise tragfähigen Ideen des sozial-ökologischen Umbaus. Aber alles wieder begründet damit, dass strategische Autonomie nur funktioniert mit diesen Witzenfähigkeiten und entsprechend wird das wirklich durchdekliniert, dass man eine industrielle Autonomie braucht. Ich werde noch weiter darauf eingehen, um, jetzt rede ich nicht über Industrie im Allgemeinen, sondern über Rüstungsindustrie, die massiv ausgebaut und vorangetrieben werden soll, dass die operative Autonomie voraussetzt, unabhängig von der NATO eigene Hauptquartiere und militärische Planungseinheiten zu haben, Finanzierungsmechanismen zu haben und politisch entsprechend agieren zu können. Ganz kurz zur Ergänzung dazu oder zur Illustrierung des Ganzen, ein Zitat von Josef Borrell, der im EU-Außenbeauftragten, die EU muss zu Militärinterventionen zum Schutz unserer Interessen fähig sein, sollten die USA nicht involviert werden wollen. Also in gewisser Weise geht das bei der Vorstellung, die hier ist, von strategischer Autonomie darum, eine Art ergänzende, also im Kern an der Seite der USA, da teile ich Ingas Einschätzung, aber eben die Möglichkeit auch haben zu wollen, unabhängig davon handeln zu können. Als Europäer müssen wir diese Krise nutzen, um stärker zusammenzuarbeiten und unsere strategische Autonomie zu stärken. Als Europäer müssen wir in der Lage sein, Dinge auch selbstständig tun zu können. Das fasst, glaube ich, relativ gut zusammen, was politisches Selbstverständnis ist der europäischen politischen Eliten. Dazu gehören die Ideen von Schnelleingreifkapazitäten, das ist jetzt von vor einem Jahr Größenordnung von 5000 zu haben. Vorstufen davon gibt es ja bereits mit den European Battle Groups. Allerdings sind die Pläne, die jetzt gerade in der Diskussion sind, solche, die weit über 5000 Mann und auch ein paar Frau starke Einsatzgruppen gehen. Interessant ist das Vokabular, dass hier von erforderlichen strategischen Enablern, also Ermöglichern, also vom Militär als Ermöglichungsmechanismus mit dem militärische Ziele und politische Ziele umgesetzt werden können. Es gibt natürlich auch Probleme dabei. Das Ganze setzt ja voraus, dass sich die Europäische Union als Institution auch einig ist über die Ziele, die man damit verfolgt. Das ist bei einem Konsensprinzip nicht ganz einfach. Deswegen gehen die Pläne und die Diskussionen schon länger dahin zu sagen, wir können eine politische Autonomie der Europäischen Union nur haben, wenn wir, so wird es formuliert, kreativ mit dem Konsensprinzip umgehen und Flexibilität für eine Bürokratensprache für Überwindung des Konsensprinzips beim Beschlussfassungsprozess bemühen. Das heißt, es wird einerseits gefordert, dass Staaten, die mit einem konkreten Szenario nicht einverstanden sind, nicht dagegen stimmen, sondern sich konstruktiv der Stimme enthalten. Und zudem läuft es immer mehr darauf hinaus, dass im Rahmen der Europäischen Union, auch im Rahmen von PESCO, Ad-hoc-Bündnisse bilden, die gemeinsam durchaus unter der Fahne der Europäischen Union, aber nicht unbedingt mit der Zustimmung aller aus der Europäischen Union agieren. Also diese Flexibilisierung der Beschlussprozesse geht ganz massiv voran. Jetzt habe ich fast im Hintergrund gehört. War das der Hinweis auf die Zeit? Korrekt. Okay, dann versuche ich, die Schlusskurve doch mit Anstand hinzubekommen. Zu all dem gehört die EU-Globalisierungsstrategie, die sehr darauf achtet, dass es eine Kohärenz der gibt der verschiedenen Ebenen, also der Rüstungsproduktion, der konkreten Militärszenarien und der politischen Rahmenbedingungen dafür. Dazu wurde, das kennt ihr, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, der Europäische Verteidigungsfonds aufgelegt. Der Verteidigungsfonds, das ist eine weitere Grenze, an die die EU-Ambitionen stößen. Den darf es eigentlich gar nicht geben laut EU-Verträge, die relativ klar machen, dass operative Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von offensiven Militärstrategien gar nicht finanziert werden dürfen. Also alles, was verteidigungspolitische Bezüge hat, darf eigentlich nicht aus dem Gemeinschaftshaushalt finanziert werden. Deswegen hat auch ein Gutachten, das Andreas Fischer-Liscano herausgegeben hat, klar gesagt, dass die Militarisierung und die Finanzierung aus dem Gemeinschaftshaushalt faktisch auf den Trümmern des Rechts der Europäischen Union stattfindet. Aber man sieht an diesem Beispiel relativ gut, es kommt gar nicht so sehr darauf an, was in den Verträgen eigentlich tatsächlich steht. Und das kann man auch durchaus positiv wenden. Es kommt nicht so sehr darauf an, was in den Verträgen steht, sondern welcher politische Wille da ist über das, was mit Verträgen entsprechend umgesetzt werden soll. Eine relativ orwellische Institution, mit der koloniale, neokoloniale Ambitionen der Europäischen Union umgesetzt werden, ist die sogenannte Friedensfazilität, was eigentlich nichts anderes ist, als dass Ländern, vor allem in Afrika, mit Unterstützung aus dem EU-Haushalt der Einkauf von Waffen der Industrie, der Rüstungsindustrie der Europäischen Union ermöglicht wird und vereinfacht wird. De facto eben ein Rüstungsindustrie-Förderungsprogramm, für das im Laufe der Jahre bereits über 12 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden. Was jetzt dieser Außenpolitik via Rüstungsexporte einen ganz massiven Schub gegeben hat, war der Ukraine-Krieg und die Konsolidierung der EU-Bemühungen, immer mehr Waffen Richtung Ukraine zu liefern. Besonders herausragend ist das Programm ASAP, also Ammunition Support Act und so weiter, also mit dem tatsächlich sich Bürokraten schöne Abkürzungen ausgedacht haben, dafür das Militär in der Ukraine massiv und sehr schnell mit Rüstung beziehungsweise vor allem mit Munition zu versorgen. Das führt dazu, dass die Europäische Union, das ist jetzt mal ein wesentlicher Punkt, am Ende tatsächlich sehr stark in Richtung Kriegswirtschaft läuft. Wir sind noch nicht dort, also es ist noch nicht so, dass wir in der Situation sind, wo alles dem Militär untergeordnet wird, aber von wesentlichen Akteuren innerhalb der Europäischen Union, zum Beispiel vom Industriekommissar Thierry Breton, wird klar formuliert, wenn es um die Verteidigung geht, muss unsere Industrie jetzt in den Kriegswirtschaftsmodus wechseln. Das heißt, eine klare Unterordnung der verschiedenen politischen Ziele unter die Frage dessen, wie kann man das Militär möglichst stark und möglichst massiv steigern. Und dazu gehören dann so Mechanismen, dass man sich überlegt, Rüstung von der Mehrwertsteuer zu befreien, dass man ein EU-Rüstungssondervermögen in Anlass an das deutsche Rüstungssondervermögen auflegt und dass man im Prinzip alles tut, um die EU-Rüstung voranzubringen, zum Beispiel in Anlehnung an das, was die USA macht, ein EU-Rüstungsexportgesetz. Das ist angelehnt an wirklich das vergleichbare Projekt, das die USA auch vorantreibt. Stärkung ist, ganz massiv den EU-Rüstungskomplex voranzutreiben. Und zentral ist, dass wir im Kopf haben, dass wenn die EU-Rüstungsindustrie vorangetrieben wird, bedeutet das nicht nur, dass die EU-Staaten sich selber aufrüsten, sondern Rüstungsindustrie ist von ihrer Struktur her so angelegt, dass sie nur funktioniert darüber, dass ein Teil der Profite über Rüstungsexporte kommen. Also wir haben im Prinzip die Situation, dass in dem Moment, in dem Rüstungsexporte diskutiert werden, auch das der Kern ist, die Basis ist, auf der sich die gesamte EU-Rüstungsindustrie aufbaut. Ich zitiere mal noch unsere frühere Verteidigungsministerin AKK. Wer Exporte um jeden Preis verhindern will, muss ehrlich sagen, dass er diese Industrie grundsätzlich in Deutschland nicht will und vergleichbares gilt für die Europäische Union. Also wir haben eine Situation, in der die Rüstungsindustrie massiv gefördert wird, aus dem Gemeinschaftshaushalt, aus separaten Haushalten auf EU-Ebene, dass ganz klar darauf gesetzt wird, eine strategisch-militärische Autonomie gibt es nur über eine starke Rüstungsindustrie und ein starkes europäisches Militär. Und hiermit komme ich dann auch tatsächlich zum Schluss meiner Ausführungen, indem ich Jean-Michel als EU-Ratspräsident damals 2020 zitiere, der klar den Weltmachtanspruch der Europäischen Union betont, wir senden eine Botschaft nicht nur an unsere Bürger, sondern auch an den Rest der Welt. Europa ist eine Weltmacht. Wir sind fest entschlossen, unsere Interessen zu verteidigen. Europäische strategische Autonomie ist nicht nur ein Wort. 70 Jahre nach den Gründervätern ist die strategische Autonomie Europas das Ziel eins unserer Generation. Für Europa ist dies der eigentliche Beginn des 21. Jahrhunderts. Und wirklich, ich muss sagen, diese Form der militärisch definierten strategischen Autonomie bedeutet kein alternatives EU-Projekt, sondern es bedeutet das Kopieren von imperialen Konzepten, zum Beispiel der USA, keine Alternative in der Ausrichtung, da man ja meistens Seite an Seite miteinander kämpfen will. Und dadurch, dass es unglaubliche Ressourcen verschlingt, zerstört es auch die Möglichkeit europäische Integration über einen vernünftigen Sozialstaat und Bekämpfung des Klimawandels über sinnvolle und brauchbare Formen der sozial-ökologischen Umbaus zu machen. Deswegen halte ich das Projekt für ein massives Sackgassenprojekt. Dankeschön. Vielen Dank.